33 Tage Weihnachtsmarkt liegen vor uns mit viel Musik auf zwei Bühnen. Ein besonderer Weihnachtskonzert auf dieser Bühne mit Linda Hesse am Nikolaustag, mit Adventskalender und Gewinnspielen, zwei verkaufsoffenen Sonntagen des Einzelhandels am 8. und 29.12. und mit einem tollen Feuerwerk zum Abschluss am Sonntag, den 29.12. um 19 Uhr extra so pünktlich und früh für Familien mit Kinder. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, ich freue mich, und um es mit Max Isingers aktuell mitzusagen, auf das, was da noch kommt. Erstmal in diesem Jahr und dann gerne auch darüber hinaus. Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das Mikro übergebe ich nun an unseren Landrat Dr. Axel Lehmann, wünsche Ihnen einen schönen Mittwochabend. Und ganz zum Schluss, vergessen möchte ich es nicht, unser ehemaliger Bürgermeister Dr. Honsdorff ist auch da, zusammen mit seiner Frau Annette. Ich freue mich sehr, lieber Wolfgang, dass ihr beiden, liebe Annette, dass ihr es geschafft habt und einrichten könnt, hier an der Eröffnung teilzunehmen. Einen schönen Abend. Vielen Dank. Applaus